Jawohl liebe Leute, damit grüßen wir euch zu einem weiteren Teil. Wenn ich wie sage, meine ich, dass ich unterwegs bin mit dem guten... Durangard! Genau, und heute werden wir die Kamele testen, denn letztes Mal haben wir schon die Handkanonierer getestet gehabt, da haben wir ein Duell der Handkanonierer gemacht, allerdings nicht Handkanonierer gegen Infanterie, was dann normalerweise der normaler Verwendungszweck ist, sondern wir haben Handkanonierer gegeneinander antreten lassen und haben herausgefunden, dass die Hindustani extrem stark dabei sind, aber auch Italiener, weil man den Wirtschaftsbonus reinrechnet, genau. Und heute werden wir bloß Gojara und Hindustani testen. Es gibt natürlich noch andere Völker, die an sich zu erwähnen wären, wie Berber oder Sarazenen oder auch Malia, die ja auch sehr starke Kamele haben, aber ich denke, dass wir eigentlich schon ziemlich klar sagen können, dass das Rennen dort zwischen Gojara und Hindustani entschieden wird und deswegen werden wir heute bloß diese beiden Siths testen. Genau, im ersten Test werden wir erstmal die Kamele gegeneinander antreten lassen, beides in der Peralzeit, einmal vor dem Upgrade zum Peralen Kamele-Reiter und dann danach und dann werden wir beide nochmal gegen Paladiner antreten lassen. Genau, es wird also interessant werden und in dem Sinne machen wir gleich einen kleinen Cut und dann springen wir schon in den ersten Test mit rein, liebe Leute. So, liebe Leute, da sind wir auch schon wieder im Spiel mit drinne. Wir haben jetzt 50 und 50 Kamele-Reiter ausgebildet. Genau, also meine haben jetzt natürlich ein bisschen mehr Angriff. Die haben, achso, ich habe noch normale Kamele-Reiter. Einen Moment, einen Moment. Das Beben war. So, jetzt haben wir beide schwer Kamele-Reiter, die wir an den Start geschickt haben. Meine sind ein bisschen besser von Stats, weil die 7 plus 4 Angriff haben. Twanz haben plus 7 plus 2, weil der Schmelzofen fehlt. Aber wir haben dafür auch noch zwei Sif-Boni. Genau, also bei mir ist es halt, dass die Kamele-Reiter schneller angreifen, 20% schneller angreifen. Und bei den Gujaras ist es dann der Vorteil, beziehungsweise der Bonus, dass die Kamele-Reiter nochmal plus 40% extra Schaden geben. Und ich denke, das kann schon ein ziemlich interessanter Kampf werden. Also ich weiß tatsächlich jetzt noch nicht ganz, wie es ausgehen wird. Die einen greifen halt 20% schneller an und haben zweimal Angriff. Die anderen machen mehr Bonus-Schaden. Ich könnte mir vorstellen, dass es für beide Seiten siegreich ausgeht. Ich denke aber, dass es auf jeden Fall ein ziemlich knapper Kampf werden sollte. Wie sieht es bei dir aus? Denkst du das auch? Oder denkst du, dass das eine Seite klar gewinnen wird? Ich kann das nicht genau sagen. Also ich würde sagen, es wird auch siegreich sein. Aber wir werden sehen. Gut, dann würde ich jetzt auf drei meine Ergänzungen hätten auf Aggressive Stands setzen. Und du auch bitte. Und dann schauen wir einfach gleich, wer das gewinnen wird. Klar. Eins, zwei und drei. So, da laufen sie los und kämpfen gegeneinander. Das sieht erstmal für mich relativ gut aus. Aber ich glaube, bei dir haben einige Einheiten auch ein paar viele Probleme. Also viele kämpfen gar nicht tatsächlich. Das sieht also ein bisschen sehr unfair aus in meinen Gunsten. Aber ich glaube, das ist immer noch ziemlich gebalanced. Also du hast auch noch eine Kamele, die am Start sind. Das wird auf jeden Fall, wie schon in Vorausbau bezeichnet, ein ziemlich knapper Kampf. Und tatsächlich sollten die Himosanis das gewinnen. Ziemlich knapp. Oder doch nicht. Das ist noch zwei Kamele. Ich habe noch ein Kamele. Oh, ich habe... Ach nee, jetzt habe ich noch zwei übrig. Ja, das... Er sagt dir, das war ausgeglichen gewesen. Also das war... Vor allem, man muss auch bedenken, dass du auch Paffing-Probleme hattest. Wir würden mal einen kurzen Cut hier machen und das nochmal wiederholen. Weil ich denke, das war gerade nicht ganz repräsentativ gewesen. Denn ich denke, da viele Einheiten über 20 gekämpft haben, hätte er das eigentlich knapp gewinnen müssen. Aber ich habe ja gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, das kann für beide Seiten siegreich ausgehen. Ich würde, wie gesagt, mit dir nochmal einen zweiten Test machen, wenn es in Ordnung ist für dich. Ja, klar. Eins, zwei und drei. So, mal gucken, wie es diesmal ausläuft. Gerade war es halt auch ziemlich knapp gewesen. Okay, irgendwie sind meine ich diesmal noch stärker unterwegs, tatsächlich. Du hast zwar auch noch einige, die übrig sind, aber irgendwie sieht das doch deutlicher geworden aus bereits, finde ich. Okay, jetzt ist es deutlicher. Das waren es einige gewesen. Also, das ist schon wieder verrückt, wie das hier abweicht. Das war schon mit den Handkanonieren im letzten Test verrückt. Also, wo wir die Spanischen getestet hatten. Einmal haben 23 überlebt, in vollen Lebenspunkten fast. Und das andere Mal haben 8 überlebt gehabt. Also, es war auch eine Riesen-Varianz zwischen den Tests gewesen. Du hast jetzt einfach ganz normal eine Persistenz eingeschaltet gehabt, oder? Ja. Also, es ist wirklich sehr, sehr merkwürdig, wie teilweise die Ergebnisse extrem stark auseinandergehen können. Also, ihr seht auf jeden Fall, dass Paffing in diesem Spiel ein Thema ist. Das kann also so oder so ausgehen. Aber auf jeden Fall, da die Hinustani einmal knapp geworden haben, einmal sehr entschieden geworden haben, würde ich sagen, dass bereits vor dem Upgrade zum imperialen Kamelreiter die Hinustanis da die Nase vorne haben. Kann man das sagen? Keine Ahnung, man kann sagen. Genau. Ich denke auch, die Hinustanis sind an sich ein bisschen die bessere Sif. Jetzt haben sie die besten Kamele und auch noch die besten Handkanoniere. Also, das ist schon verrückt. Und Housan haben sie auch noch. Wobei, Helle bei dir haben sie nicht weggenervt. Aber sonst haben sie auch einen relativ guten Tag-Tree. Aber wir werden natürlich der Vollständigkeit herüber trotzdem nochmal imperiale Kamelreiter gegen die normalen Kamelreiter in den Kampf schicken. Natürlich werden die Hinustanis das nicht verlieren können. Die werden dann schlechter durch das Upgrade. Aber einfach um zu schauen, wie die sich danach schlagen werden, machen wir gleich noch einen dritten Test. Wo wir die imperialen Kamelreiter gegen die normalen antreten lassen. So, liebe Leute, wir machen noch einen Test, den wir gerade noch nachschieben. Aber ich werde den nicht als Sätze zeigen, sondern ich werde den hier quasi nachfügen bzw. reinschieben. Und zwar hatten wir vergessen, einen was zu testen. Nämlich die Gojara-Kamele mit vollen Upgrades. Das heißt also auch mit dem Upgrade, was aus der Burg kommt. Das hieß wie nochmal? Die Renzwachen. Die Renzwachen-Upgrade, genau. Die haben jetzt also einen Nahkampfpanzer von 0 plus 7. Während meine großen Nahkampfpanzer haben von 0 plus 3. Das Einzige, was mir jetzt noch was hilft, ist halt, dass meine Kamele ein bisschen schneller angreifen. Ich denke, 20 Kamele sollten das ziemlich klar gewinnen. Aber der Vollständigkeit halber wollten wir eben das auch noch mit einbauen in diesen Test. Eins, zwei und drei. Dann los geht's. Ja, das ist schon sehr deutlich. Gut, und dann sieht man, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele haben wir überlebt bei dir. Das sieht aus wie die Hälfte ungefähr. 30. 30 haben wir überlebt. 30. Das ist schon stark auf jeden Fall. Ich kann nochmal kurz gucken, wie die Lebenspunkte sind. Teilweise sind die ja noch bei vollen Lebenspunkten sogar. Also das ist schon eine Menge, was hier an Lebenspunkten noch übrig ist. Also wie ihr sehen könnt, diese Technik der Goyara, die ist vielleicht ein bisschen institutionell. Ist natürlich auch ziemlich teuer mit 1500 Ressourcen, die die kostet. Gerade 700 Gold. Aber wie ihr sehen könnt, also wenn man gegen andere Kamele kämpft oder gegen Kavalerie kämpft, sehen wir auf jeden Fall, dass das Upgrade sehr starke Wirkung hat. Also nicht unterschätzen die Plus-4-Nahkampf-Panzerung. Das mag erstmal nicht so toll klingen. Gerade wenn man sich anschaut, wie teuer dieses Upgrade ist. Aber ihr habt ja jetzt in der Praxis gesehen, wie viel Unterschied das macht. Und 30 Kamele, die überlebt haben und vorher hatten einen Kampf gehabt, wo das eigentlich relativ gleich gewesen ist. Also wo eigentlich beide Seiten gewinnen konnten. Also es sind jetzt geschätzt die Hälfte der Lebenspunkte noch da. Das ist für mich ein Unterschied mit Tag und Nacht, würde ich sagen. Sehr toll. Also das ist schon ein Wahnsinn auf jeden Fall, wie viel dieses Upgrade hier bringt. Genau. Und als nächstes werdet ihr dann sehen, was wir jetzt aufgenommen haben. Wie diese Kamele sich hier gegen die imperialen Kamele-Reiter schlagen werden. Wenn die volle Upgrade haben. Und Twan Mox noch meine arme Boas-Frau ab, die gar nichts getan hat, die arme. Ja. Also das noch zur Vollständigkeit halber. Also ihr seht, wenn die Gujara-Kamele volle Upgrade haben, können selbst die schweren Kamele-Reiter der Hindustanis nicht wirklich was machen. Da braucht man wirklich imperiale Kamele gegen. Also die Gujara-Kamele, die haben auf jeden Fall hier ihren Ruf bewiesen. Haben sich als sehr stark bewiesen. Vielen Dank soweit. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Test. So, liebe Leute, wir machen jetzt nochmal einen finalen Test. Und zwar haben jetzt sowohl die Gujara als auch die Hindustani volle Upgrades. Denn die Hindustanis haben jetzt ihre Gefürchteten im realen Kamele-Reiter. Und die Gujara haben ihr Upgrade-Grenzwachen bekommen. Das heißt, die haben nochmal plus vier Nahkampfpanzern bekommen. Das könnte also spannend werden nochmal. Ich denke zwar, die Hindustanis werden das bestimmt auch machen. Aber die Gujara werden sich bestimmt nicht ganz schlecht schlagen. Ich bin noch für Cressif. Du auch? Ich auch. Da muss ich ein bisschen näher rankommen vielleicht. Eins, zwei und drei. So, jetzt aber. Jawoll. Was geht's hier los mit den Leuten? Dann schauen wir mal, ob die 20 KP ist oder halt die plus vier Rüstung. Das Spiel entscheiden. Aber auf jeden Fall gibt es auf beiden Seiten schon mal große Verluste. Ich habe jetzt nur noch 20 Leute. Okay. Uh. Okay, 16. Die Gujara gewinnen das. Ja, da siehst du, Grenzwachen noch. Ich glaube es ja kaum. Zähl nochmal durch, wie viele du jetzt hast. Und wie viel HP dir und FR? 15. 15 hast du noch übrig? Ich habe 15. Ich würde den Test nochmal kurz wiederholen wollen mit dir, dass wir einfach mal schauen, ob das gleiche Resultat bei rauskommt. Ich mache mal einen kurzen Cut, dann sehen wir uns gleich wieder. So liebe Leute, wir holen gerade den Test nochmal. Gujara-Kamele gegen Hindustani-Kamele. Genau, auf drei geht's los. Eins, zwei und drei. So, uh. Bei dir wollen einige nicht kämpfen. Braucht nichts. Das sieht gerade ein bisschen mehr gebalanced aus. Ja, ja. Ja, jetzt sehe ich es auch. Aber eigentlich müsste ich sogar gewinnen diesmal. Oder knapp wird es auf jeden Fall. Das sieht gut für dich aus. Das sieht gut für dich aus. Oh, das ist jetzt interessant. Setz, Mats, du mit wie vielen gewonnen hast, 15 hast du gesagt gehabt? 15 waren das. Und jetzt plötzlich. Jetzt habe ich hier gewonnen mit sieben. Das macht es schwierig natürlich, weil ich finde, jetzt ist es schwer zu sagen, welche Kamele besser sind. Einmal haben die einen gewonnen, einmal die anderen gewonnen. Aber wir können auf jeden Fall ein was sagen, nämlich, dass Gujara-Kamele doch sehr auf einer Linie sind, beziehungsweise sehr auf einem Niveau auch kämpfen können mit Hindustani-Kamele. Also die Kämpfe könnten so oder so enden. Also das heißt, die sind schon sehr stark miteinander vergleichbar, was die Stärke an sich betrifft. Wir könnten jetzt natürlich auch noch einrechnen, welche Upgrades teurer sind. Also wir schauen einfach mal das Upgrade zum realen Kamelreiter. Das kostet, ich muss natürlich schnell schauen, das kostet 1000 Nau und 500 Gold bei den Gujaras. Das Upgrade jedoch für die Grenzwachen, das kostet 800 Nau und 700 Gold. Also das eine kostet 1500 Ressourcen, das andere kostet 1500 Ressourcen, wobei bei den Gujara ist es noch ein bisschen goldintensiver und Gold ist natürlich auf lange Sicht eine wertvollere Ressource als Nahrung, das ist klar. Also ich finde es auch sehr schwer zu sagen, was natürlich da das beste Upgrade ist. Wobei halt Gujara ist halt ein bisschen teurer und vor allem die Imperial-Kamele-Kameleiter haben halt auch mehr Lebenspunkte und mehr Angriff. Heißt also, wenn die gegen irgendwas kämpfen, was jetzt keine Kamelreiter sind, wie zum Beispiel Bogenschützen, würde ich sagen, dass doch die Hindustrali oder Schießpulver-Einheiten, dass doch auch die Hindustrali-Kamele da deutlich besser sein sollten. Aber auf jeden Fall sind die relativ nah auf einer Ebene, die können sich doch miteinander messen. Ich finde das auch jetzt interessant, dass dieses Upgrade nochmal so viel gebracht hat, diese Plus-4-Nahrkampf-Beranzerung, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass ein Großteil des Schadens durch Zusatzschaden entstehen würde, weswegen ich jetzt gedacht hätte, die Rüstung, die jetzt die Gujara bekommen, das sollte jetzt nicht so den großen Unterschied machen, aber tatsächlich ist dieses Upgrade doch stärker, auch im Kampf gegen andere Kamele, doch stärker, als ich das zumindest gedacht hätte. Also ich fand es überraschend jetzt, wie sehr ich dieses Upgrade reingehauen hatte. Hast du noch irgendwelche Gedanken zu diesem Experiment, was wir gerade gemacht haben? Ja, ich würde sagen, diese Unterschiedlichkeit der Ausgänge der Kämpfe erkläre ich mir jetzt einfach nur durch das Passing. Im ersten Kampf hatte ich wahrscheinlich mehr Glück beim Passing gehabt, diesmal hast du mehr Glück gehabt. Wie war es eigentlich übrig gerade? Also es sind sieben Mann, oder? Ich habe sieben, zwei sind unverbundet, aber ich habe auch vier, die schon ziemlich tot sind. Also da hat einer 27 Punkte, der nächste hat acht Punkte, dann haben wir noch einen mit wahrscheinlich acht Punkten, ja genau. Also die sind schon ziemlich fertig, also hast du deutlicher gewonnen gehabt als ich auf jeden Fall. Genau, beim letzten Kampf waren es da 15 gewesen, auf meiner Seite. Also man sieht, das kann nur, also ich erkläre es mir mit dem Passing, wie Kamele sich halt bewegen, dass so diese Varianz kommt. Und was hältst du von dem Upgrade? Fandst du es auch wahrscheinlich, dass es so viel gebracht hatte, oder würdest du eher sagen, du hättest es auch erwartet, dass es so einen großen Unterschied macht? Also ich habe schon erwartet, dass die plus vier Naka-Frustungen schon was eingebracht hat. Also Kamele, schwere Kamele sind sowieso sehr bulgig, sage ich mal so, im Vergleich zu anderen Einheiten. Und ja, also ich habe schon erwartet, dass das natürlich nochmal das Gewicht auf der Waage sein wird im Kampf gegen die imperialen Kamele. Aber was jetzt natürlich interessant wäre, wäre nochmal zu testen, gegen andere Einheiten, das wäre aber nochmal Content für ein ganz eigenes Video. Denn ich kann mir gerade vorstellen, gerade gegen Husaren, besonders wenn das so Husaren sind, die nicht einen Schmelzofen haben, wie die Goyare eigenen Husaren oder die goryanischen Husaren. Ich meine, wenn man halt einen Nahkampfpanzer hat von sieben, man nimmt bloß einen Schaden von zwei. Ich würde jetzt einen Schaden nehmen von sechs tatsächlich. Also ich würde jetzt neun minus drei Schaden, sechs Schaden nehmen. Ich würde also dreifache einen Schaden nehmen. Aber ich kann mir gerade vorstellen, dass insbesondere in diesem Matchup gegen Husaren die Goyare Kamele deutlich besser sind. Also eigentlich müssen sie ja deutlich besser sein. Ich meine, wenn sie halt einen Kredite des Schadens nehmen und ähnlichen Schaden austeilen, ist natürlich klar, dass sie deutlich besser abschneiden müssten, auch wenn sie ein paar weniger Lebenspunkte haben. Das könnt ihr mal gerne in die Goyare reinschreiben. Also falls ihr es sehen wollt, können wir gerne nochmal einen Test machen, wo wir einfach mal Goyare Kamele und Tinnostane Kamele gegen typische Einheiten testen, wo sie gegen antreten, also Husaren etc. Aber das war jetzt auf jeden Fall interessant gewesen. Wir würden jetzt nochmal einen Test machen, aber nicht gegen Husaren, sondern gegen ein Meer von Paladin, wo wir beide nochmal mit vollen Upgrades gegen Paladine kämpfen lassen. Und wie gesagt, falls ihr dann mehr Videos noch sehen wollt, wo wir gegen Husaren kämpfen etc., dann können wir das gerne machen. Das würde jetzt aber den Rahmen dieses Videos sprengen, dann werden wir uns eigentlich bloß vorgenommen, ein relativ kurzes Video zu machen. Deswegen werden wir jetzt nicht diesen ausführlichen Test machen, aber wie gesagt, wenn ihr Interesse daran besteht und ihr noch Ideen habt für weitere Tests, könnt ihr es gerne da mit reinschreiben. Und falls das coole Ideen sind, dann kann das durchaus sein, dass ihr es auch umsetzen in irgendwann absehbarer Zukunft in einem Video. Dann danke ich euch erstmal soweit dafür und dann sehen wir uns gleich im Test gegen die Paladine wieder, liebe Leute. Jawohl, liebe Leute. 50-50. Genau, 50-50. Der vollständige Teil war, lassen wir jetzt nochmal die beiden Kamele mit vollen Upgrades gegen den Paladinen antreten. Wir haben uns jetzt hier ein generisches Volk ausgesucht, beziehungsweise das Wann hat ein generisches Volk ausgesucht und hat dann einfach mal die Hunnen gepickt. Die haben zwar volle Upgrades, aber haben keinen direkten Bonus, dass die Paladinen auch stärker werden wie bei Franken oder Totonen oder auch Kumanen. Wobei bei Kumanen ist aber die Geschwindigkeit ein bisschen anders. Bist du bereit? Bereit. Eins, zwei und drei. So, da würde ich sagen, da haben die nimbustanischen Kamele ihren Wert bewiesen, denn im Kampf... Das war ein Fleischwolf gewesen. Das war ein Paladin-Fleischwolf. Denn im Kampf gegen Paladine, wobei Paladine ja eigentlich fast alle anderen Einheiten schlagen, eins gegen eins, sogar Helibadiere, die ja eigentlich ein Counter sind. Im Kampf gegen Paladine haben wir jetzt von 50 Kamelen 36 überlebt und wenn man auch noch bedenkt, dass Kamele auch noch ein Stückchen günstiger sind als Paladine, wo Paladine immer noch 135 Ressourcen kosten und Kamele kosten nur 15, also 20 Ressourcen weniger, haben die Kamele halt ihre Stärke gezeigt. Also jetzt haben wir 36 überlebt. Viele haben auch noch volle Lebenspunkte. Also das sieht man auf jeden Fall, gerade wenn man mit einer Zivilisation spielt wie Hunnen oder Spanier oder Ungarn, die sehr auf Cavalry setzen, also wenn man dagegen ein Kamelvolk spielt, sind Kamele auf jeden Fall eine gefährliche Waffe und gerade die Impran-Kamelreiter wollen sich hier sehr gut schlagen. Wir werden den gleichen Test-Technen mal wiederholen mit Goyara-Kamelen gegen generische Paladine. Genau, damit ihr auch das nochmal gesehen habt. So, jetzt sind wir auch schon mal im finalen Test. Jetzt lassen wir nochmal 50 Paladine gegen 50 Kamelreiter antreten. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt die Goyara. Ich habe auch wieder volle Upgrades, also habe 0 plus 7 Nahkampfpanzerung. Beim vorigen Test habt ihr gesehen, dass fast 40 Impranale Kamelreiter überlebt haben. Jetzt werden wir gleich im nächsten Test sehen, wie das bei den Goyaras laufen wird. Auf 3 geht es los. 1, 2 und 3. Wir werden jetzt sehen, ob die Goyara sich noch besser schlagen tatsächlich oder ob die etwa gleich sind mit den husanischen Kamelen. Aber es sieht schon sehr, sehr entschieden jetzt schon gewonnen aus für die Goyara-Kamele. Also die machen guten Schaden hier auf jeden Fall. So, und wie habt ihr gesehen, wir haben natürlich die Goyara das Ganze gewonnen gehabt. Überlebt haben 37 Kamelre. Okay, das ist interessant. Das heißt, die waren ein bisschen schlechter gewesen als die hindustanischen Kamelre, aber nicht sehr. Natürlich wäre es jetzt nochmal interessant, das Ganze gegen Husan zu testen, da ja Husan viel weniger Angriff haben. Und dementsprechend auch dort der Unterschied mit der Nachkampfpanzerung viel, viel mehr ausmachen würde. Aber wie gesagt, das wollten wir in diesem Video nicht testen. Das wäre nochmal Inhalt für ein weiteres Video. Zwar man dann ja auch noch die Kamele gegen Elefanten antreten lassen könnte, gegen Stepdancer, gegen Spezialeinheiten wie Kipchak etc. Das wären alles noch Sachen, was man testen könnte. Man könnte auch Mameluken noch mit reinnehmen und testen, gucken, okay, wie schlagen Mameluken sich. Aber, wie gesagt, das würde den zeitlichen Rahmen dieses Videos sprengen. Also falls ihr noch mehr sehen wollt oder gute Ideen habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare mit reinschreiben. Aber diesmal wollten wir jetzt wirklich bloß testen, wer ist stärker im 1 gegen 1, Goyara-Kamele oder hindustanische Kamele. Und wir wollten schauen, wie es gegen Paladine aussieht. Aber ich würde sagen, da Peffing ja auch ein Issue ist, auf jeden Fall, also ein Thema ist in diesem Spiel und der Test, der relativ nah aneinander ist. Also sie sind ein bisschen schlechter gewesen, die Goyara, als die Nustanis. Aber nicht viel. Sie haben zwei Kamele mehr verloren oder ein Kamele, glaube ich, mehr verloren und ein paar sind mehr verwundet. Aber ich glaube, wenn man das Peffing noch betrachtet, kann das durchaus auch sein, dass die Goyara vielleicht sogar sich sogar ein bisschen besser schlagen. Also es nimmt sich, glaube ich, nicht sehr viel. Also ihr habt auf jeden Fall gesehen, die Nustanis-Kamele und Goyara-Kamele, das ist relativ eine Ebene oder ein Niveau, auf dem man dort unterwegs ist. Genau, aber die haben sich gut geschlagen. Ich würde sagen, die sind sehr aneinander. Vielleicht sind die Nustanis-Kamele mit dem Upgrade, mit den Branden-Kamele-Rädern ein bisschen besser. Wie gesagt, das müsste auch noch mal schauen, gegen andere Einheiten, wenn man gegen Bogen-Schützen zum Beispiel kämpft oder gegen Infanterie kämpft. Ich denke, gerade da könnten die Nustanis-Kamele deutlich besser sein. Gerade gegen Schützeanheiten, wie gesagt, oder Schießpulver halt, weil dort ja auch die Nalkampfpanzerung der Goyaras eigentlich nichts bringt, da das alles Durchschlagspanzer wäre, was dort drauf geht. Genau. Und was wird hier gebaut? Ein Wunder, noch ein Wunder. Ist aber hübsch hier. Ja, in dem Sinne, hoffe ich, der Test war für euch interessant gewesen, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet aus diesem Video. Ihr könnt gerne, wie gesagt, Meinung und Wort reinschreiben in die Kommentare, falls euch etwas aufgefallen ist. Und wie gesagt, Anregungen für weitere Tests auch gerne gesehen. In dem Sinne, danken wir euch für eure Aufmerksamkeit. Und wir würden uns freuen, euch bei weiteren Videos wiederzusehen. Also macht's gut, liebe Leute. Und bis bald hoffentlich.